Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Kempferts Klima-Podcast. Ich bin Theresa Brenner vom Nachrichtenradio MDR aktuell und spreche auch für diese Folge mit Professorin Claudia Kempfert, die am DIW in Berlin die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt leitet. Hallo nach Berlin. Hallo Frau Brenner, ich grüße Sie. Und ich kündige es direkt zu Beginn mal an, es gibt heute eine Premiere bei Kempferts Klima-Podcast. Wir werden heute nämlich einen Gast haben. Ein Kollege aus den Niederlanden ist im Moment bei uns hier in Leipzig zu Gast in der Redaktion und der wird mal aus der niederländischen Perspektive erzählen, wie man dort mit dem Klimawandel umgeht. Ich meine, fast ein Drittel des Landes liegt ja unter dem Meeresspiegel. Also mit dem Anstieg dieses Meeresspiegels durch den Klimawandel muss man sich da sehr konkret beschäftigen. Und ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. Ich auch, ja, das klingt doch toll. Das wird, glaube ich, sehr interessant. Genau, die Gelegenheit nutzen wir jetzt einfach mal, weil es nämlich auch gut zum Thema passt. Wasser und vor allem viel zu viel Wasser auf einmal wird heute nämlich in dieser Folge unser Hauptthema sein. Wir wollen nämlich nochmal auf das vergangene Hochwasser in Europa schauen. Die Flut ist ja inzwischen überstanden. Die Schäden sind da, sowohl bei Personen an Häusern, Autos und einfach finanziell ist da enorm was entstanden an Schaden. Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, auch da nochmal drauf zu schauen und zu klären, was das mit dem Klimawandel zu tun hat. Frau Kämpfer, zu Beginn mal an Sie die Frage, wenn wir uns gedanklich mal so einen Monat zurückversetzen und uns an die Bilder erinnern aus Österreich, Tschechien, Polen und auch aus Teilen von Deutschland. Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie an diese Bilder denken? Ja, also ich muss immer den ersten Satz denken, Mist, das ist immer erst der Anfang. Ja, wir sind bei 1,5 Grad und das wird alles noch schlimmer. Es wird intensiver und häufiger. Das ist leider immer der erste Satz, der kommt mir sofort in den Kopf, wo ich denke, ei, 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 das sieht jetzt schon relativ gravierend aus. Es gibt schlimme Schäden, auch Zerstörung, Schäden an der Volkswirtschaft, aber auch für Leib und Leben. Und ich denke dann immer, ich bin ja nun schon ein bisschen älter und auch schon lange in der Forschung, über 30 Jahre. Und wir haben das immer alles früher so theoretisch gesagt anhand der Klimamodelle. Und jetzt findet es irgendwie statt. Und da denke ich immer, oh je, oh je, das ist nicht so toll. Das hätten wir alles verhindern können, wenn wir da rechtzeitig gewesen wären. Und wie oft begegnet Ihnen dann dieser Satz, früher hat es doch aber auch schon geregnet? Ist das was, was dann vorkommt? In Ihrem Umfeld wahrscheinlich nicht so, aber was Sie zumindest mitbekommen? Ja, ab und zu hört man das natürlich immer mal wieder. Immer, also selten natürlich in meinem Umfeld, aber natürlich hört man das. Aber wenn wir uns jetzt auch mal zurück erinnern, jetzt auch unser Podcast, wir haben im Januar darüber gesprochen, im Juni ein Jahrhundert, Hochwasserjagd das nächste. Das ist eben kein Regen, wie es früher schon mal war. Und das zeigen ja auch aktuelle Studien, sogenannte Attributionsforschungen, die sind ja recht aktiv, die dann eben auch zeigen, dass diese Starkregenereignisse, wie wir sie heute erleben, bis zu 20 Prozent intensiver sind als am Ende des vorherigen Jahrhunderts. Und das ist eben Ergebnis der Wissenschaft, der Forschung. Und da ist es fast zynisch, finde ich, auch menschenfeindlich, wenn da Menschen sterben und so, dass man da sagt, naja, das gab es doch alles früher schon, aber jetzt die Dimension doch wirklich eine andere ist, ja. Auf eine ganz bestimmte Studie, die diese Zusammenhänge erklärt, kommen wir gleich noch zu sprechen. Bevor wir da ganz tief eintauchen, vielleicht mal generell die Frage, wie sehr hängt denn dieser Starkregen, der die Ursache für das vergangene Hochwasser war, mit der Erderwärmung zusammen? Also ganz simpel ist es ja so, je wärmer die Luft, desto mehr Feuchtigkeit nimmt sie auf und das regnet dann eben wieder ab. Können Sie das nochmal ein bisschen physikalisch genauer erklären? Genau, also wie Sie es gesagt haben, genau so ist es auch. Denn in der Tat hängen eben Dürren, aber auch extreme Niederschläge, die nehmen eben auch zu durch die Erderwärmung. Die Luft erwärmt sich, dadurch wird mehr Wasserdampf aufgenommen. Dadurch gibt es sogenannte gesättigte Luftmassen, aus denen dann eben extreme Regenmengen fallen können. Pro Grad Erderwärmung sagt man, sieben Prozent ist da mehr Wasser drin. Und das steigt eben exponentiell mit der Temperatur an. Und während eben so trockene Wetterlagen kann dann auch noch die Luft Wasser aufnehmen, wenn sie dann wärmer ist. Das nennt sich dann sogenannter Dampfhunger in der Luft. Aber es können eben auch Vegetationen und Böden schneller austrocknen. Je wärmer es wird und dann erleben wir diese Dürre. Und seit den 50er Jahren gibt es dann eben diese schweren Niederschläge, die auch meist in vielen Teilen der Welt häufiger und intensiver geworden sind. Und das ist auch zurückzuführen aufgrund dieser Klimaerwärmung. Im Prinzip kann man sagen, je wärmer die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit nimmt sie auf. Bei einer Erwärmung von einem Grad sind es rund eben diese sieben Prozent mehr Wasser. Und das regnet dann eben wieder ab. Und das kann man auch zeigen anhand eben der Wetteraufzeichnung, die es da ja schon gibt seit 1881, dass eben diese extremen Regenfälle dann auch zunehmen. Plus, es ist ja nicht nur die Luft, die wärmer wird, sondern auch die Meere, die Ozeane erhitzen sich ja oder erwärmen sich. Und dadurch verdunstet dann noch mehr Wasser und es steigt noch mehr Wasserdampf auf. Und je mehr sich also die Ozeane erwärmen, was ja im Moment auch passiert, desto mehr Niederschlag wird es auch aufgrund dessen in Zukunft geben, oder? Ganz genau. Also dadurch, dass eben die Meere wärmer werden, verdunstet auch mehr Wasser. Und dieser Wasserdampf steigt dann in der Atmosphäre auf. Und je mehr sich die Ozeane aufgrund des Klimawandels aufheizen, desto mehr Niederschlag wird es dann eben auch in der Zukunft geben. Und auch Überschwemmungen an den Küstengebieten, auch Sturmfluten, die nehmen eben auch zu. Aber gerade eben auch die Niederschläge, besonders eben auch durch diesen Klimawandel verursachten ansteigende Meeresspiegel, auch das nimmt eben zu. Das heißt, hier haben wir einerseits eben die Feuchtigkeit in der Luft, die eben zunimmt, diese sieben Prozent mehr Wasserdampf und dann auch nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten da abläuft. Und dann eben zusätzlich auch dann die Meere, die sich da erwärmen und wo dann auch noch wieder Wasser aufsteigt. Und dadurch haben wir diese extremen Niederschläge. Und ich habe das vorhin gesagt, diesen Satz, früher gab es auch schon Regen, je nachdem in welchen Kreisen man so unterwegs ist, hört man das schon und liest es auch unter vielen Artikeln in den sozialen Netzwerken und so weiter zu diesem Hochwasser. Und ein bisschen was ist da ja sogar dran, möchte ich mal vorsichtig sagen. Also ich habe einen sehr interessanten Artikel bei den Kolleginnen und Kollegen des Deutschlandfunk gelesen. Ich glaube, den hatte ich ihnen auch zugeschickt. Und da wird gesagt, natürlich kann nicht jedes extreme Wetterereignis auch direkt auf den Klimawandel zurückgeführt werden. Also die haben da Untersuchungen vorgenommen. Da geht es am Beispiel 2023. Da waren in Norditalien heftige Überschwemmungen und da wurden Daten analysiert. Und das war tatsächlich nicht Klimawandel geschuldet, sondern es war einfach, es war ungewöhnliches Wetter. Da waren irgendwie drei Tiefdruckgebiete, die aufeinander folgten. Und dadurch kam eben dieser Regen zustande. Und das zeigt ja schon nochmal, Wetter ist natürlich nicht gleich Klima. Aber diese selbe Forschungsmethode zeigt auch, dass zum Beispiel die Flut im Ahrtal 2021, ist das ja auch schon wieder, ist auch schon wieder lange her gefühlt, da war sehr wohl der Klimawandel mitverantwortlich. Also es ist ein bisschen was dran, dass es auch geregnet hat, aber Fakt ist, es wird mehr durch die steigenden Temperaturen. Genau, also da muss man auch immer unterscheiden, eben Wetter ist nicht gleich Klima. Also nicht jedes Ereignis, was man da jetzt sieht, ist dann gleichzeitig automatisch jetzt zu 100 Prozent dem Klimawandel zuzuordnen. Aber man muss deutlich, genau so wie Sie es erklärt haben, sagen, man schaut sich jedes Ereignis an. In Italien war es tatsächlich so, dass man da eben festgestellt hat, es gab es früher auch schon mal. Und man konnte es nicht eindeutig zuordnen, so muss man es an der Stelle sagen. Wo man jetzt schon wirklich weiß, dass auch in Italien auch die Überschwemmungen, die man gesehen hat, und auch die jüngsten Hitzerekorde, die es dort gibt, deutlich dem Klimawandel zuzuordnen sind. Also man muss es aber von Ereignis zu Ereignis unterscheiden. Und im Ahrtal hat man eben deutlich festgestellt, dass es anhand eben dieser Attributionsforschung, die man da macht, dass es eindeutig dem Klimawandel zuzuordnen ist. Auch jetzt der Hurricane beispielsweise auch in den USA kann man nie sagen, es wird zu 100 Prozent durch den Klimawandel verursacht, aber wird auf verschiedene Arten vom Klimawandel beeinflusst, so muss man es sagen. Dadurch, dass man eben eine wärmere Luft hat, dass mehr Wassermassen aufsteigen, dass es dort eben auch dann extreme Wetterereignisse gibt, die dazu eine Rolle spielen, die dann auch gerade beispielsweise auch in Italien eben dazu geführt haben, dass in letzter Zeit auch Extremwetterereignisse dazugenommen haben, auch die Niederschläge, die dort aufgetreten sind. Also insofern muss man da mal unterscheiden, aber insgesamt muss man deutlich sagen, durch den Klimawandel nehmen einfach solche Extremereignisse global zu an Intensität und Häufigkeit. Ich hatte vorhin angesprochen, wir haben eine Studie, eine bestimmte uns mal rausgesucht, weil die zu dem Thema gut passt. Die ist erschienen in der Fachzeitschrift Nature und die kommt von unter anderem Professor Stefan Rahmsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er und sein Team haben daran mitgeforscht. Und da heißt es auch, die Rekord-Niederschlagsextreme haben weltweit weiter zugenommen und im Schnitt ist eins von vier Niederschlagsrekorden in den letzten zehn Jahren auf den Klimawandel zurückzuführen. Also die Quintessenz ist, glaube ich, von dieser Studie, vielleicht können Sie es noch mal genauer erläutern, aber es treten Extreme auf, die es ohne Klimawandel nicht geben würde, oder? Ganz genau. Ganz genau. Also es ist eine Studie, die der Stefan Rahmsdorf gemacht hat mit anderen Kollegen in Spanien und Niederlande zusammen in Nature, wie Sie es gesagt haben. Und die haben dann eben festgestellt, die haben sich verschiedene, also eine Reihe von intensiven Wetterereignissen angeguckt, ob jetzt Waldbrände, Regenfälle, Überschwemmungen, die eben auch dann zu rekordverdächtigen Hurrikanen geführt haben. All diese Dinge haben die sich angeschaut und damit eben auch festgestellt, dass die Intensität der Stürme, aber auch die Intensivierung der Hurrikanen zugenommen hat und diese lang anhaltenden Hitzewellen, auch gerade beispielsweise haben sich angeschaut, Sibirien, Australien im Jahr 2020, ohne den Klimawandel praktisch unmöglich gewesen wären, so schreiben Sie es auch. Die sibirische Hitzewelle führte ja auch zu massiven Waldbränden, auch ein Zusammenbruch der Infrastruktur, das Auftauen des Permafrosts, alles extrem ungewöhnlich. Da hat ja auch zur Ausrufung des Notstands geführt, aber auch in Australien, auch das haben Sie sich angeschaut, die Buschbrände, alles extrem, extrem, extrem und auch zu eben extremen Schäden und Gefährdungen auch für Leib und Leben, die dort auftreten. Also insofern zeigen die sehr deutlich, dass auch anhand dieser Berechnungen, die die machen, dass es da eben zu einem Anstieg auch von extremen Ereignissen gekommen ist und dass diese Ereignisse, die dort aufgelistet werden, 90-mal wahrscheinlicher geworden sind durch den Klimawandel. Und die zeigen eben auch sehr deutlich anhand der Projektionen, die die machen, dass es da weitere Rekorde geben wird und die dann auch noch mal erklären in der Studie, wie eben auch dieser Zusammenhang ist mit den einzelnen Extremen Ereignissen. Aber man muss eben hier sehr deutlich sagen, dass diese Temperaturanalysen sehr schön sind, dass man die mal auch weltweit aufgedeckt hat und feststellt, dass diese Extremen Ereignisse einfach so viel häufiger geworden sind und auch eine kritische Gefahr darzustellen. Und Stichwort Extremen Ereignisse, Sie haben es auch vorhin schon angesprochen, das Hochwasser ist ja nicht das Einzige, woran man das sieht, sondern es gibt, wenn wir in die USA schauen, da gab es innerhalb von zwei Wochen zwei sehr schwere Stürme, also Hurricanes. Hurricanes, Hurricanes oder Hurricanes, wie sagt man denn? Ja, ich kann, glaube ich, beides sagen, ehrlich gesagt. Wenn man Zweifel ist, ist es immer beides. Man kann sogar auch Hurrikan sagen. Ach echt? Ja, der Kollege Mochi Plativ sagt das immer mit großer Inbrunst, was ich auch sehr sympathisch finde. Also das hört sich erstmal irritierend an, aber gut zu wissen. Er hört sich irritierend an, aber es ist deutsch. Und man kann es auch so sagen. Also Hurrikan geht auch, aber Hurrikan oder so. Also wir wissen, was gemeint ist. Ja, genau. Und wir lachen jetzt so drüber. Das ist natürlich ein wahnsinnig ernstes Thema. Das haben zwei schlimme Stürme, haben hunderte Todesopfer gefordert und auch da wieder Milliarden Dollar an Schäden. Also man sieht die Folgen dieser Ereignisse ja sehr, sehr konkret. Ja, genau. Also wir sollten natürlich nicht drüber lachen. Das war jetzt mehr über den Begriff so. Aber in der Tat, das war extrem. Gott sei Dank nicht ganz so schlimm, wie man ja befürchtet hatte, aber so ein zerstörerischer Sturm, der entsteht eben auch durch hohe Temperaturen, was wir eben schon sagten, durch das Meerwasser. Ab 27 Grad Wassertemperatur verdunstet sehr viel Feuchtigkeit über den Ozeanen. Das gibt eben diese sogenannte tropische Depression. Das ist so ein Vorläufer dieses Wirbelsturms und der entsteht dadurch. Und dann kommt dieses Tiefdruckgebiet, was dann diese Rotation auch auslöst. Und direkt am Äquator ist es dann häufig so oder eben auch in der Region, wo das jetzt hier stattgefunden hat, dass es dann eben diese extreme Sogwirkung auch stattfinden kann. Und solche Wirbelstürme, wenn man sich das auch auf der Weltkarte ansieht, dass es da eine auffällig hohe Sturmdichte mittlerweile gibt. Und auch die warme Meereströmung eben für diese notwendigen Wassertemperaturen zu den notwendigen Wassertemperaturen führen. Und man dann eben diese Hurrikane hat, oder Taifun, Zyklone. Es ist ja je nachdem, wo man ist auf der Welt, heißen sie dann eben anders. Aber sie entstehen mit dem ganz ähnlichen Mechanismus. Ohne Klimaerwärmung, ohne eben diese extreme Temperaturerhöhung, die wir im Moment haben, wären eben solche tropischen Wirbelstürme im Atlantik oder wo auch immer indische Ozean im Golf von Mexiko, wo jetzt eben entstanden ist, so nicht möglich gewesen wäre. Und Sie hatten vorhin ganz am Anfang gesagt, die Frage, was Ihnen bei diesen Bildern durch den Kopf geht, dass Sie immer gleich sagen oder denken, oh weia, das ist nur der Anfang. Ich habe von dem schon angesprochenen Kollegen von Ihnen, kann man ja sagen, Herrn Rahmsdorf vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, ein Interview gesehen und würde da gerne mal einen Ton draus abspielen, wo man so ein bisschen sich fragt, naja, wie kalkulierbar ist denn das, was auf uns zukommt? Da hat er nämlich Folgendes gesagt. Ja, auch dazu hat der Weltklimarat ganz klare Worte gefunden, nämlich, dass die Folgen bis zu einem Vielfachen schlimmer kommen werden, wenn wir die Erwärmung weiterlaufen lassen. Und die Folgen werden eben auch nicht einfach proportional zur Erwärmung schlimmer, also zwei Grad ist nicht doppelt so schlimm wie ein Grad, sondern wir kommen eben immer häufiger an Belastungsgrenzen, der Infrastruktur, wo die Flüsse das Wasser nicht mehr aufnehmen können zum Beispiel oder wo Dämme brechen. Und das sind natürlich Punkte, wo es einfach nochmal viel schwerwiegender wird, als es bislang schon der Fall ist. Also das fand ich ganz interessant und auch erschreckend zugleich, wenn er sagt, zwei Grad ist nicht doppelt so schlimm wie ein Grad. Wie kann man denn kalkulieren oder absehen, was da noch auf uns zukommt, wenn das so weitergeht? Ja, naja, also die Klimaforschung ist sehr, sehr, sehr deutlich und auch die Berichte, die es da in regelmäßigen Abständen gibt, dass man einfach damit rechnen muss, dass es intensiver und häufiger wird. Und deswegen war auch dieser Eingangssatz, oh je, es wird noch schlimmer, noch in der Dimension, aber auch in der Häufigkeit. Genau weiß man es natürlich nicht, wann und wie und wo was auftritt, aber wir sehen ja jetzt auch schon an der Häufigkeit der Ereignisse, an der extremen Hitze, an den Überschwemmungen, an der Dürre, an den Hochwasser-Ereignissen, die aufgetreten sind, wie schlimm es wird. Also das ist so das eine, das kalkuliert man schon anhand von Klimamodellen. Aber ich fand auch noch was anderes interessant, was Stefan Rahmstorf hier sagte, dass man natürlich auch einerseits weiß, der Regen ist für die Überschwemmungen verantwortlich, aber wichtig ist eben auch Hochwasserschutz. Also dass man eben die Flüsse, wo ja auch überlaufendes Wasser sich ausbreiten oder versickern könnte, dass man da viel mehr machen muss und da ja auch einiges jetzt auf den Weg gebracht werden soll. Wir haben im Podcast ja auch schon mal drüber gesprochen, aber das muss deutlich mehr auf den Schirm und auch verstärkt ins Bewusstsein hinein, dass wir da mehr tun müssen. Moore und Wälder wirken auch wie Schwämme, so ein schlängelndes Flussblatt, auch das bremst ja die Wassermassen. Wir sehen doch im Moment, wie schlimm es auch werden kann. Aber leider ist es eben so, dass Flächen immer mehr versiegelt werden, Moore und Auen entwässert werden, Flüsse begradigt werden. Und das hat dann eben zur Folge, dass starke Niederschläge weniger Möglichkeiten haben, dass es sich noch weiter ausbreitet und eben dann auch im Boden nicht versickern kann. Und je schneller dann die Flüsse sind, dann treten sie eben auch über die Ufer. Und das sorgt dann auch für diese großen Überschwemmungen. Also insofern, in der Klimawissenschaft ist man sich da schon einig, also mit voranschreitendem Klimawandel werden eben solche Extremereignisse wie Dürren, Hitzewellen, Starkregen in den meisten Orten der Welt häufiger, intensiver. Und darauf muss man sich vorbereiten. Und dazu gehören eben auch solche Dinge wie Hochwasserschutz. Sie haben vorhin gesagt, das muss auch mehr im Bewusstsein der Menschen ankommen. Hochwasserschutz, dass die Flächenversiegelung vielleicht gestoppt werden muss und so weiter. Und ich habe mich dann gefragt, wenn man über die Klimakrise spricht, dann, und das ist ja hier im Podcast auch oft nicht anders, dann ist ja oft Hitze, Dürre ein Thema, wie sich die Städte auf steigende Temperaturen einstellen müssen und so weiter. Also kommt der Aspekt Niederschlag und Überschwemmungen in der öffentlichen Diskussion auch zu kurz, weil man bei Klimakrise, Erderhitzung immer nur an steigende Temperaturen und mehr Hitze denkt? Also wir berichten durch die Medien dann, wenn extreme Ereignisse auftreten, das haben wir dann ja wieder erlebt, jetzt sei es Ahrtal oder auch in anderen Ereignissen, die eben aufgetreten sind, über die wir ja auch eingangs hier eingestiegen sind, aber eben nicht in der Intensität oder auch in der strukturierten Form, wie wir es eigentlich bräuchten, damit wir uns vorbereiten können, eben auf Hochwasserereignisse und der Hochwasserschutz sehr viel stärker auch ins Bewusstsein kommt. Im Gegenteil, man sieht ja, dass Menschen jetzt auch beispielsweise auch im Ahrtal dort wieder hinziehen, wo es hochgefährdete Gebiete gibt. Und insofern zeigen zum Beispiel auch Gutachten, dass so viele Menschen auch bundesweit betroffen sind vom Hochwasser, vom Starkregen. Und da passiert in der Tat in den Köpfen zu wenig, dass man sich da bewusst macht, also hier kann es potenziell lebensgefährlich werden. Und da müssen die Planungen, müssen die Baugebiete dann eben auch so ausgewiesen werden, dass das gar nicht erst so auftreten kann und man dort sehr viel stärker reguliert. Und damit eben auch mehr schafft, dass Hochwasserereignisse oder Hochwasserschutz sehr viel stärker umgesetzt wird, aber auch Hochwasserereignisse, wenn sie auftreten, eben nicht zu diesen extremen Schäden führen und die Menschen nicht gefährden. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir zu wenig berücksichtigen. Ob jetzt Schwammstädte oder Wälder oder die Flüsse, über die wir gerade gesprochen haben, das passiert leider zu wenig aus meiner Sicht. Ich habe irgendwo dann einen Hinweis oder einen Kommentar gelesen, der war so sinngemäß, wenn die Katastrophe gerade stattfindet, möge man doch bitte nicht zu sehr darüber sprechen, weil man es nicht politisch ausnutzen will und da kein politisches Kapital draus schlagen will. Und wenn aber gerade keine Katastrophe ist, dann bitte auch nicht, weil dann verbreitet man ja unnötig Panik und wirkt irgendwie hysterisch. Und das ist so ein bisschen die Krux irgendwie, oder? Da ist tatsächlich was Wahres dran, wahrscheinlich. Naja, es ist politisch ein Hoch, also es ist aus meiner Sicht katastrophal, dass es politisch so genannt wird, weil das ja dann politisiert wird, weil hier geht es ja um wissenschaftliche Fakten und nicht um eine politische Einordnung, weil in der Tat muss Klimaschutz immer stattfinden und nicht nur, wenn irgendwie Politiker meinen, dass sie da jetzt irgendwie Zeit für haben oder sich da jetzt mal gerade darum kümmern wollen. Eigentlich wollen sie es ja wirklich nie. Und das ist hochproblematisch. Also aus meiner Sicht sollte man das entpolitisieren. Alle Parteien sind gefordert, das umzusetzen, Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz. Und es hat eigentlich mit einer politischen Farbenlehre überhaupt nichts zu tun, sondern es sind wissenschaftliche Fakten, die man immer besprechen muss und die Öffentlichkeit aufklären muss, informieren muss. Und da hat die Politik dann Lösungen zu erarbeiten und es nicht irgendwie sagen so, jetzt berichten wir mal drüber und jetzt reden wir mal drüber. Und es überhaupt einer Partei zuzuordnen, finde ich auch schon immer hochproblematisch, dass man sagt, das ist irgendwie ein grünes Thema. Das ist überhaupt kein grünes Thema, es ist ein Thema für alle Menschen und damit eben auch für alle Parteien. Und das ist aus meiner Sicht noch nicht wirklich so, wie es eigentlich sinnvoll wäre, dass alle Parteien sich darum kümmern und eben auch Lösungen erarbeiten und es nicht einfach in irgendeine Ecke stellen und sagen so, das ist jetzt irgendwie so extrem, wie es ja auch in den USA diskutiert wurde, dass irgendwie da behauptet wurde, wieder mit Fake News, die Demokraten hätten irgendwie den Hurricane da beeinflusst. Also schlimmer geht es gar nicht. So wissenschaftsfeindlich, also es wird immer wissenschaftsfeindlicher, muss man sagen. Und in die Richtung bewegt sich das ja auch so ein bisschen und da müssen wir wirklich gegenhalten, auch mit wissenschaftlichen Fakten. Und Sie sprechen es an, die Politik muss da Lösungen erarbeiten und Lösungen finden, unabhängig von der politischen Färbung der Partei. Und da kommt jetzt unser Gast ins Spiel, den ich jetzt mal schnell bei uns ins Studio geholt habe und zwar mein Kollege Jeroen Dirks, Radiojournalist aus den Niederlanden. Er ist immer mal wieder hier in Leipzig und arbeitet dann hier als Reporter. Und da dachten wir uns, wir nutzen jetzt mal die Chance und sprechen mal mit dir, Jeroen, über den Klimawandel, denn deine Heimat liegt zu großen Teilen unter dem Meeresspiegel. Also ihr werdet euch mit diesem Problem beschäftigen müssen. Hallo Jeroen. Hallo Theresa. Hallo Frau Kempfers. Hallo, freu mich. Wir haben gerade über politische Lösungen gegen Klimawandel, vor allem gegen Hochwasser und Überschwemmungen gesprochen. Und da wäre meine erste Frage nämlich an dich. Oder Moment, wir machen mal einen Schritt zurück. Möchtest du dich vielleicht selber kurz vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörern, wer du bist und was du normalerweise in der Heimat machst? Ja, normalerweise arbeite ich in den Niederlanden auch als Freie, genau wie hier in Leipzig beim MDR. Ja, und ja, dann mache ich eigentlich am meisten Neuigkeiten für ein Klassikprogramm, ein Programm mit klassischer Musik. Und ich schreibe auch für die Website vom NOS. Das ist der größte öffentlich-rechtliche Broadcaster in den Niederlanden. Und Stichwort Hochwasser und Wasser, das spielt in den Niederlanden wahrscheinlich eine relativ große Rolle, denn ihr habt nun mal viel Wasser. Kannst du so einen groben Überblick geben, wie wird denn Hochwasserschutz, welchen Stellenwert hat das in den Niederlanden? Ja, das hat noch immer einen ganz großen Stellenwert, denn wir werden geboren und wir wissen schon, dass wir irgendwo da unten am Meeresboden leben und dass die Deiche dann ganz, ganz, ganz wichtig sind. Wir haben zum Beispiel eine Website jetzt, dann kann man so aufsuchen, ichüberflüte.nl, ichaufstrom.nl. Und dann kann man ja tatsächlich sehen, wie niedrig man wohnt, man lebt oder wie groß die Chance ist, dass dann eine Überschwemmung so im nächsten Jahr oder über 50 Jahre da kommen wird. Also man kann das ja genau aussuchen. Und so ist Hochwasser jeden Tag eigentlich Neues für uns und eigentlich auch Altes, denn seit 1600 sind wir schon damit beschäftigt. Also es ist hochinteressant. Wir hatten im Podcast, ich weiß nicht mehr genau wann, es war auch schon mal über die Niederlander gesprochen. Ich hatte da mal so ein Beispiel genannt für Häuser, die, glaube ich, in der Nähe von Amsterdam auf Stelzen gebaut wurden. Also eine ganze Siedlung, wo Häuser oder der Hausbau schon so gebaut wird, dass das Wasser eben ansteigt und man dort eben, es ist kein Hausboot gewesen, aber so, dass man sich schon darauf vorbereitet, dass einfach auch in der Zukunft das Wohnen auf dem Wasser mehr wird, was ja auch schon wirklich verpörend ist. Ja, die Projekte gibt es immer mehr in den Niederlanden. Und das sind eigentlich noch ganz kleine Projekte auf Stelzen oder ja, dass man auch wirklich, wie Sie sagen, treibende Wohnhäuser bauen jetzt. Aber, und die Wohnboote, die gibt es schon länger, länger. Aber was dann auch passiert, und das ist eigentlich genau das Gegenübergestellte, ist, dass es jetzt einen Plan gibt, um eigentlich am tiefsten Unterboden in den Niederlanden, sechs Meter unter das Meeresspiegel, ein ganz neues Dorf zu bauen mit 6000 Wohnungen. Und dann sagen die Wasserbehörden, wir haben ganz viele Behörden, die darüber sprechen, die sagen, das soll man eigentlich nicht machen. Aber dann sagen die Gemeindebehörden, die Stadträte, die sagen, ja, aber wir sollen etwas machen, denn wir haben eine Wohnungnot, genau wie in Deutschland. Und ja, hier gibt es noch Platz, so für 6000 Wohnungen. Und jetzt, ja, wissen wir nicht genau, was passieren wird, aber das Plan gibt es noch immer. Aber hat das etwas mit dem politischen, also, sage ich mal, neuen Lage zu tun, dass einfach auch der Klimawandel und die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel nicht so wirklich mehr so anerkannt sind, sage ich jetzt mal vorsichtig, also, dass ja auch teilweise wissenschaftsfeindliche Parteien da stärker geworden sind, ähnlich wie es in Deutschland auch ist, die das einfach negieren und sagen, das gibt es einfach gar nicht, jetzt bauen wir irgendwo dahin, wo wir bauen. Und hat das auch damit was zu tun, oder ist das davon los? Ja, nein. Ich meine, Frau Kempfert, es ist ja ziemlich kompliziert, weil die Planung für so ein neues Viertel oder ein neues Dorf, das gibt es schon zwölf oder dreizehn Jahre jetzt. Und die politische Lage, die hat sich ja ganz schnell geändert jetzt. Und sie haben recht, ich meine, Gerd Wilders, der nicht in der Regierung ist, aber seine Partei ist die Größte, hat gesagt, ja, Klimapolitik, die kann man schreden, die kann man zerfetzen. Das hat das Buch wörtlich gesagt. Und also, dann könnte man sagen, ja, dann kann man bauen überall und dann bauen wir neue Deiche und so. Aber die andere Seite ist, dass wir seit 1600 damit beschäftigt sind, um das Land sicher zu halten und 29 Prozent ist in Gefahr, wird bedroht beim hohen Wasserspiegel, Meeresspiegel. Also, man kann nicht einfach sagen, wir negieren das. Man kann es versuchen, die neuen Pläne gibt es. Es gibt auch Pläne, um wieder 130, Tempolimit wieder 130 zu machen auf den Autobahnen. Aber die andere Seite ist, dass man immer mit Wasser, mit Hochwasser, aber auch mit Dürer zu machen hat. Und dass man die Maßnahmen nehmen muss, ich meine, anderswo wird das Land verschwinden oder 29 Prozent des Landes verschwinden. Also, man kann es negieren, aber man tut es nicht. Also, Holland ist ja für uns auch eine Art Vorbild, ja, in vielerlei Hinsicht immer gewesen, weil sie jetzt auch das Ansprechen mit der Möglichkeit eben dort auch Tempolimit auf den Autobahnen zu haben oder schon immer hatten, das ist ja in Deutschland ein großes Thema, immer Fahrräder, die dort fahren, also die ganzen Fahrradstraßen und so weiter. Also, wir machen dort immer Urlaub, auch häufig Urlaub in Holland und fahren da unglaublich gerne Fahrrad. Und das ist ja irgendwas, was total Spaß macht, auch an den Küsten entlang. Und das geht da einfach. Und da ist Holland ja ein großes Vorbild. Aber diese kognitive Dissonanz, die man hat, einerseits man weiß, der Klimawandel kommt und man muss was tun. Da haben wir vorhin hier auch schon drüber gesprochen. Also, Hochwasserschutz, wir wissen eigentlich so und machen auch ein bisschen was. Aber andererseits entscheiden wir dann doch wieder konkret dagegen, wenn Wohnungsnot ist oder wenn, wie im Ahrtal, dann doch wieder Menschen dort angesiedelt werden, wo eigentlich Überschwemmungen stattfinden. Diese kognitive Dissonanz, die scheint mir überall da zu sein, auch unabhängig von der Politik, die da gerade am Berg ist. Aber wir haben auch so eine Luxuspolitik, denn bei uns, die Maßnahmen, die werden schon genommen. Die werden die ganze Zeit genommen. Es gibt mehr Raum für den Flüssen zum Beispiel. Die Deiche sind nach hinten gebaut, weit von den Flüssen ab. Und das Programm, das hat schon vor 20 Jahren angefangen und das wird noch immer ausgebaut. Also, es gibt mehr Raum für die Flüssen und das, sie nennt das dann die Flut im Ahrtal. Wir hatten genauso viel Regen in der Niederlande, im Süden von der Niederlande. Aber weil die Flüssen jetzt ausgebaut sind, weil die Deiche etwas weiter vom Fluss sind, gab es Raum für das Wasser und hatten wir keine Tote, keine Opfer der Flut. Dann hat man ein Luxusproblem, dann hat man gesagt, in den Niederlanden brauchen wir nicht so viel zu tun. Nein, man hat es schon getan. Und das könnte ein Beispiel für Deutschland sein, aber dann muss man damit anfangen und dann eigentlich unabhängig, genau was sie sagt, Frau Kämpfer, unabhängig der Klimapolitik sagen, wir müssen das machen, nicht weil es immer mehr Hochwasser oder mehr Regen gibt, aber weil es Gefahr gibt und weil es die Möglichkeit gibt, dass es wieder falsch geht. Aber das schließt doch sehr gut den Kreis zu dem, was wir vorhin hatten, dass wir Hochwasser schluss machen müssen und in Holland wird es einfach gemacht, da gibt es keine Toten und so. Genau das ist die Aufgabe für Deutschland eben auch. Da scheint das Problem vielleicht auch noch bewusster zu sein, weil man eben permanent damit lebt, durch die Bedrohung, durch das Wasser und dann wird eben tatsächlich schon mehr gemacht. Also da kann Deutschland offenbar was lernen von den Niederlanden, nicht nur beim Tempolimit. Genau, der Tempolimit hat aber früher angefangen, das ist der entscheidende Satz, den Herr Dirks gerade auch sagte. Also sie haben einfach vor Jahrzehnten angefangen mit der Thematik, weil sie da sensibilisiert waren und die Politik das auch gut gemacht hat. Und da hat Deutschland, wir reden ja immer noch drüber, da hat Holland schon Jahrzehnte Dinge umgesetzt, also auch in der Architektur und so weiter. Das ist schon sehr modern und sehr klug. Aber ich finde es auch interessant zu nennen, dass die Ingenieure und die Experten und die, wir haben ganz, ganz viele, da habe ich schon gesagt, ganz viele Wasserbehörden, Leute, die sich darüber aufregen und immer wieder mit neuen Ideen kommen, dass die eigentlich unabhängig von Politik, es kostet viel Geld, aber dass man unabhängig von der Politik tun, was die tun wollen und dass die immer neue Pläne und neue Ideen haben und sagen, wir müssen das jetzt, denn ich habe schon gesagt, wir haben jetzt auch ein Problem mit Dürre, ja dieses Jahr nicht, so nass war es noch nie wie in diesem Sommer, aber normalerweise haben wir jetzt auch ein Problem mit Dürre und die Ingenieure haben schon eine Idee, dann müssen wir neue Wasserbecken bauen und die können dann das Wasser auffangen und dann nicht wie das vorher ging, dass wir das Wasser so schnell möglich aus dem Land haben wollten und die machen das, unabhängig von Politik, die Ideen, die sagen, das tun wir und in den Städten werden jetzt große Becken gebaut und das geht nicht schnell, aber es geht. Genau, das spricht ja dafür, dass diese strukturellen Ansätze so wichtig sind, dass man eben auf kommunaler Ebene unabhängige Wasserbehörden hat, die dann da auch entscheiden, wir haben jetzt ja ein Problem vor Ort und jetzt bauen wir dieses Wasserbecken und wegen Dürre oder die Deiche dort und dort, ohne dass man es auf der Bundesebene unbedingt braucht und ich glaube, das hat Holland aber schon ganz, ganz früh gemacht, schon seit Jahrzehnten und deswegen funktioniert das auch, unabhängig davon, wer da politisch gerade am Ruder ist, ja, das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu. Jeroen, ich habe noch eine Frage und zwar, weil wir auch hier immer mal wieder darüber gesprochen haben, dass der Klimawandel im Moment jetzt nicht den großen Stellenwert in der öffentlichen Wahrnehmung hat, die Klimakrise, hier sind eben, zeigen ja auch immer wieder Umfragen, andere Themen wichtiger, Migration ist eben ein großes Thema, die steigenden Kosten und so weiter. Ist das in den Niederlanden anders, würdest du sagen, da ist die Klimakrise eins der beherrschenden Themen oder sind auch da viele Menschen, die sagen, ist jetzt eigentlich nicht das drängendste Problem, kümmert euch lieber um die Geflüchteten, die hier nicht ins Land sollen, um es mal ganz überspitzt zu sagen, gerade mit der aktuellen Regierung an der Macht. Ja, ich denke, das Letzte, also, dass man auch in den Niederlanden jetzt sagt, die Flüchtlinge, die sind wichtig oder dass die nicht kommen sollen, das ist wichtiger. Und ja, genau darum haben wir jetzt auch eine extrem rechtere Regierung. So einfach ist es. Und viele Millionen Menschen sagen, das soll man nicht mehr als Wichtigste behandeln, die Klimapolitik. Andererseits, man tut es. Doch. Das ist genau, was ich sagte. Und eigentlich ist es nicht so umstritten, dass man die Klimapolitik führt. Aber dann ist es mit Hochwasser, mit Dürr, zum Beispiel dann mit den Bauern oder so. Dann hat es sich geändert. Ich meine, wir sind noch immer Weltmeister CO2-Ausstoß. Ich meine, vor Kopf der Bevölkerung ist das noch immer mehr als in Deutschland oder jedes andere Land in der Welt. Und da wird in diesem Augenblick weniger Aufmerksamkeit angegeben. Und eigentlich wird auch gesagt, die Bauern, die sollen, das kann so fortgehen. Und das, ich glaube, das wird dann so ein paar Jahre dauern und vielleicht dann wieder ändern. Aber die Klimapolitik, die Ausführung, was ich ja vorher sagte, das geht, das geht an. Ich meine, das wird nicht ändern. Ist auch ein bisschen vergleichbar zu Deutschland, oder? Dass man, es stockt ja nicht alles komplett, das wäre jetzt auch übertrieben zu sagen, aber es ist eben nicht das Hauptthema im Moment. Ja, nein. Also ich glaube, das ist ganz vergleichbar. Aber ich glaube, Holland hat tatsächlich den Vorteil oder die Niederlande, dass sie eben vor Jahrzehnten mit so vielen Programmen angefangen sind. Und vom Tempolimit, Fahrradstraßen und die Architektur und so weiter, oder der Wasserschutz, die Institutionen, die dann da sind, darauf können die schon auch besser aufbauen. Und das hat Deutschland in dem Umfang so nicht. Aber die Niederlande, also Deutschland ist noch bei den Emissionen deutlich drüber, weil wir haben eben auch noch mehr Kohlekraftwerke so. Aber mittlerweile auf einem ähnlichen Niveau wie die Niederlande, weil dort immer noch Gas gefördert wird und ja auch weiter gebohrt wird, auch im Wattenmeer beispielsweise, in den geschützten Weltmeeren. Das hilft auch nicht gerade, mit noch mehr fossile Energie zu bohren, aber das ist das nächste Thema. Aber insgesamt glaube ich, ist es tatsächlich so, dass in der öffentlichen Bewusstsein der Klimaschutz so zurückgefallen ist, aber dennoch wichtig. Man sieht es ja auch in der aktuellen, auch bei der Jugendumfrage, jetzt gestern rausgekommen. Zwar ist es nicht mehr so ganz oben, aber es ist immer noch wichtig. Und insofern ist es, glaube ich, so wie im Rest der Bevölkerung auch. Andere Themen haben sich so ein bisschen nach vorne geschoben. Aber Klimaschutz und Umweltschutz sind nach wie vor total wichtig. Jetzt hat Jeroen noch mal angesetzt und möchte, glaube ich, direkt noch mal darauf reagieren. Naja, Sie haben ja geredet, Frau Kempfer, dass die Gasbohrungen, dass das noch immer fortgeht. Und das stimmt nur teilweise, weil es gibt noch Bohrungen, ja genau wie Sie sagten, im Wattenmeer, Wattensee, wie nennen Sie das auf Deutsch? Ja, genau. Und da gibt es auch niederländische Bohrungen. Aber vorher hat man entschieden, dass in Groningen, wo eigentlich der größte Kasperl von Europa liegt, dass man da tatsächlich Halt. Und dieses Jahr hat man die Hand zugedreht, weil man sagte, das ist ökologisch nicht mehr verantwortet, aber auch für die Bevölkerung. Denn es gab da immer ganz kleine, aber es gab immer ganz kleine Erdbebungen und Angst. Und dann hat man gesagt, okay, dann müssen wir damit halten. Und weil es dann nicht genug Gas gibt für die nächsten Jahre, hat man gesagt, okay, dann nochmal einmal Zustimmung für Bohrungen im Wattenmeer. Und dann gibt es auch noch ganz kleine Bohrungen. Aber die ganz großen Bohrungen im Gas, die sind ja völlig gestoppt. Stimmt, die sind runtergefahren worden. Und sie gehen ja auch ohnehin zur Neige. Also es ist ja auch nicht mehr so viel übrig von dem Gas, was man da Jahrzehnte gebaut hat. Aber es stimmt, Groningen wurde runtergefahren. Ja. Jeroen, ich würde sagen, und Frau Kemfert, damit sind wir für heute am Ende dieses Podcasts. Das war ein sehr interessanter Einblick, wie man in den Niederlanden auf dieses Thema schaut. Gut, ich muss aber noch ganz kurz zwei Dinge sagen. Und zwar einmal, wir hatten heute, Sie haben es gemerkt, keine Hörerinnenfrage, weil wir irgendwie dachten, wenn es dann zu voll wird, es auch schade. Und es war jetzt so ein Gesamtpaket mit dem Hochwasser. Schreiben Sie uns aber gerne weiter an klimapodcast.mdraktuell.de, wenn Sie Fragen haben. Dann wird das natürlich beim nächsten Mal auch wieder aufgenommen. Und wie immer habe ich auch noch eine Empfehlung für einen anderen Podcast, den wir produziert haben. Und da würde ich gerne, weil es sehr eindrucksvoll ist, es geht nämlich um eine besondere Wendegeschichte, das würde ich gerne nicht selber erzählen, sondern die Protagonistinnen und Protagonisten erzählen lassen. Ich würde das einfach mal für sich stehen lassen. So klingt das dann nämlich. Man hatte überhaupt keine Freiheiten mehr. Überall waren Zäune. Die innerdeutsche Grenze. Jeder denkt an Berlin, die Mauer. Aber die Grenze zwischen Ost und West war ein 1400 Kilometer langes Sperrgebiet. Das Dorf Wenderhausen lag genau an der Grenze, im Sperrgebiet. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Oma und mein Opa damals nicht hier oben auf der anderen Seite in den Wald rein durften, weil sie da sehr viel geschossen haben. In diesem Podcast geht es um das Leben an der Grenze. Geschichten von Heimat, Vertreibung, Flucht und zerstörten Existenzen waren in der DDR, ganz besonders aber im Sperrgebiet Alltag. Das war eigentlich ein gebrochener Mann und er hat sich dann selbst auch das Leben genommen. Was hat die Grenze mit den Menschen gemacht? Und vor allem, welche Schlüsse ziehen wir aus unserer deutschen Geschichte? Du hast ja mir deinen Dienst gemacht. Grenzerfahrung Wenderhausen. Heimat im Todesstreifen. Vier Folgen, ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Genau, das ist also die Empfehlung für die dunklen Herbsttage. Wenn es mal nicht so goldener Herbst ist wie im Moment draußen, kann man den, glaube ich, sehr gut hören. Ich habe eine Folge schon gehört und es ist wirklich sehr beeindruckend, wie da recherchiert wurde. Klingt super interessant. Hör ich mir auch sehr gerne an. Also dann, jetzt sind wir aber wirklich am Ende. Vielen Dank an dich, Jeroen, für deine Zeit und deine Schilderungen. Vielen Dank an Sie, Frau Kempfert, für Ihre Zeit und Ihre Einordnungen. In zwei Wochen geht es dann weiter, dann wieder mit meinem Kollegen Markus Schödel. Und bis dahin dir, Jeroen, und Ihnen, Frau Kempfert, eine gute Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank und bis in zwei Wochen. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.